Gemeinsam durch die Galaxis mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach. Ja, lieber Paul, gehen wir doch mal wieder spazieren. Ja. Und diesmal, ja wie soll ich sagen, zumindest für mich fast in eigener Sache. Ja, Susanne, das ist natürlich im Grunde jetzt dein Thema, dein Leib- und Magenthema. Denn wir reden heute über nichts Geringeres als Planetarien, die Sternentheater. Genau, und zwar aus gegebenem Anlass. Ja, ihr habt dein Jubiläum. Eines hundertjährigen Geburtstag. Hundert Jahre Planetarien. Und ja, das ist natürlich ein guter Anlass mal über diese wunderbaren Einrichtungen zu reden. Du bist ja selbst Leiterin seit ein paar Jahren des Planetariums Bochum. Und das ist ja auch hier Heim dieses Podcasts, den ihr hoffentlich, wenn ihr den gerne hört, auch liked und weiterempfehlt. Und ja, wie kam es dazu, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, so ein Planetarium mal zu bauen und zu entwickeln? Es gab ja schon in früheren Jahrhunderten so Planetenmodelle. Genau. Die nannte man ja, glaube ich, auch schon Planetarien. Aber das sind natürlich nicht die Kuppeln, wie wir sie heute kennen. Ja, genau. Es gab diese Vorläufer. Da kann man ganz unterschiedliche Wege verfolgen, wenn man an solche Vorläufer denkt. Ich versuche mir klarzumachen einfach, was ich wann am Himmel sehe. Und wenn ich sage Planetarium, denke ich dann natürlich an den Stand der Planeten. Da brauche ich dann aber auch die Sterne dazu, weil ich ja sehen will, wo die Planeten am Sternenhimmel stehen. Genau, in welchem Sternbild sie gerade sind. Da musst du ja auch das Sternbild irgendwie markieren. Genau. Und da gab es Geräte, die man, glaube ich, vor Jahrhunderten auch Planetarien genannt hat. So Tischplanetarien, wo mit einem Räderwerk die Planeten liefen. Es gibt ein ziemlich berühmtes, tolles, das jetzt gerade Weltkulturerbe geworden ist. Da warst du gerade, ne? Genau, in Holland, wo ein gewisser Eiseisinger in Franecker in Friesland das an seiner Wohnzimmerdecke gebaut hat. Mit einem irren Räderwerk dahinter, das man heute auch noch besichtigen kann. Und da laufen dann eben die Planeten mit den richtigen Bewegungen, den richtigen Zeiten auch relativ zueinander. Und man kann gucken vor dem Hintergrund eines vielleicht gemalten Sternenhimmels, Tierkreis, da wo die Planeten eben laufen, wo die zu einer bestimmten Zeit sind. Oder alte Navigationsgeräte gehören irgendwie auch in die Tradition. Wo steht die Sonne am Himmel? Wie bewegt die sich? Der Mond sollte auch dabei sein. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist etwas, das man Immersion nennt. Vor ein paar Jahren war das noch so, dass Immersion ein Wort war, wo alle sagten, das darf man eigentlich gar nicht so richtig in den Mund nehmen. Da weiß ja keiner, was das bedeutet. Inzwischen gibt es immersive Ausstellungen und Immersion hier und Immersion da. Ja, also Van Gogh live und so, wo man quasi diese Bilder in der Rundum-Projektion hat. Also die Idee ist ja... Immersion heißt eintauchen. Eintauchen ins Geschenk. Genau. Und ein Planetarium, wie wir es heute kennen, bietet ja schon, wie gesagt, seit 100 Jahren die Möglichkeit, in den Sternenhimmel einzutauchen. Ich kann mir vorstellen, in früheren Jahren, Jahrzehnten war es ja so, die Lichtverschmutzung war noch nicht so stark. Die Menschen hatten noch ein unmittelbares Leben des Sternenhimmels, wenn er nicht bewölkt ist. Richtig. Und da hätte man den Leuten natürlich auch unter freiem Himmel, sogar wahrscheinlich aus Städten heraus, die Hauptsternbilder zeigen können, wie das vielleicht Eltern oder Großeltern mit den Kindern gemacht haben oder vielleicht sogar heute noch machen. Und aber in dem Maße, wie man sich wetterunabhängig machen will, kann man den Sternenhimmel ja eben auch künstlich erzeugen. Und das ist ja, glaube ich, jetzt die eigentliche Idee, über die wir reden. Und da würde mich interessieren, wie es dazu kam. Ja, also die immersiven Vorläufer sind vielleicht sogar solche gemalten Kathedralenkuppeln und sowas, wo man eintauchen kann. Also das ist dann nicht der Sternenhimmel, sondern mehr Engel. Ja, klar. Aber auch da. Du kannst den Himmel ja auch an dein Gewölbe malen, aber dann bewegt das sich nicht. Und in diesen gemalten Gewölben haben die Leute früher wahrscheinlich auch so ein Gefühl gehabt, wir sind in der Szene drin und waren total beeindruckt. Das ist immersiv 0.8 oder so. Ja, genau, immersiv Renaissance oder immersiv Barock oder so etwas. Interessanter Gedanke, ja. Aber das war nicht der Sternenhimmel natürlich. Und wie kam es dann dazu? Es gab natürlich Himmelsgloben. Dann blickst du ja von außen drauf. Wo ich von außen gucke. Es gab aber auch Himmelsgloben wie zum Beispiel diesen Gotthorfer Globus in Schleswig-Holstein, wo ein reicher Adeliger sich eben einen Himmelsglobus gebaut hat, der begehbar war. Konnte man reinklettern. Ah, das heißt, du machst Löchlein in die Kuppel und dann gehst du da rein und dann siehst du von innen die Sterne, also das Licht durch diese Öffnungen leuchten. Genau, der Gotthorfer Globus ist 17. Jahrhundert und in der Zeit gab es so ein paar, die in diese Richtung gingen. Und dann sind wir jetzt, springen wir jetzt, 20. Jahrhundert und es soll in München ein ganz tolles neues naturwissenschaftliches Museum gebaut werden. Kennen wir heute auch noch alle, das Deutsche Museum München. Mit einem tollen Ableger in Bonn inzwischen ja übrigens. Genau. Und das hatte ein Gründungsdirektor, Oskar von Miller, der sich gedacht hat, in meinem tollen neuen Deutschen Museum soll es so eine Planeteninstallation geben. Wo ich sehen kann, wo die Planeten gerade stehen, vielleicht sogar zwei verschiedene. Eine solche Planetenmaschine, wo ich sehe, wie die Planeten sich um die Sonne bewegen. Aber auch irgend so ein Gerät, er hatte vielleicht im Kopf sowas ähnliches wie diesen Himmelsglobus, in den man reingehen kann, wo ich das sozusagen geozentrisch sehe, wie ich es von der Erde aus sehe. Ja. Ein ptolomäisches Planetarium. Also wie beim alten Ptolomäus in der geozentrischen Perspektive, so wie ich es wirklich von der Erde am Himmel sehe. Also wie wir es sehen, es könnte ja, wenn man es jetzt nicht wüsste, wir wissen, wir sind umgeben vom Weltall, aber wenn man es nicht wüsste, könnten wir uns ja tatsächlich im Inneren einer 360 Grad Leinwand oder Kuppel befinden. Denn das würde ja für den Anblick so keinen Unterschied machen. Also das könnte ja wirklich eine bemalte Kuppel sein. Vielleicht hat man auch in früheren Jahrtausenden sich das so gedacht. Bis auf die Objekte, die sich halt relativ dazu bewegen. Eben die Wandelsterne, die Planeten. Ganz genau. Und das ist ja nun der Eindruck, den wir heute, wenn wir zum Himmel schauen, auch tatsächlich noch haben. Und das war die Idee, das darzustellen. An wen wendet man sich dann? Naja, beste Optikfirma, die so bekannt ist. Wir machen jetzt nicht unbedingt Schleichwerbung, sondern das war historisch einfach so. Das war ja so. Das ist die Firma Zeiss. Die Firma Zeiss in Jena, die diesen Auftrag vom werdenden Deutschen Museum erstmal abgelehnt hat. Die haben gesagt, machen wir nicht, kriegen wir nicht hin. Ist viel zu schwierig. Und wenn ich mir das vorstelle, der Miller wollte da ja nicht einen reinsetzen oder drei, sondern schon ziemlich viele Leute. Das heißt, wenn ich dieses Konzept habe, ich habe so einen Himmelsglobus mit ganz vielen Löchern, die ich von außen beleuchte. Und da sitzen viele Leute drin, die das auch nicht völlig verzerrt sehen. Ja, ja. Da muss das Teil ja riesig sein. Und die Planeten laufen dann auch noch nicht. Richtig. Du hast ja nur Löcher und da kannst du nichts dran ändern. Du kannst die Kuppel vielleicht als Kuppel ein bisschen drehen, aber das ist nicht wirklich zielführend. Und wenn ich das dann auch noch drehen will und wie laut soll das sein und wie schwer soll das sein und dann hat Zeiss erstmal gesagt, also sehen wir nicht. Und dann kam der Erste Weltkrieg, das hat vieles verzögert und es gab dann ein Teammeeting mit einem leitenden Ingenieur von Zeiss, der glaube ich auch eine Professur für Ingenieurwissenschaften später hatte. Also toller Mann, Walter Bauersfeld. Und der und seine Leute sind dann auf die Idee gekommen, das machen wir ganz anders. Wir bauen eine feste Kuppel und wir stellen den Sternenprojektor in die Mitte. Der ist dann viel kleiner und der kann sich ja dann bewegen. Und das ist dann die gedankliche Geburt des Projektionsplanetariums mit dem Projektor in der Mitte. Und das ist das Eigentliche dessen Jubiläum. Dessen Jubiläum haben wir am 21. Oktober offiziell gefeiert. Wir sind aber in einer Jubiläumsperiode noch am Anfang, denn die Jubiläumsperiode wird bis zum 7. Mai 2025 sogar gehen. Da wurde das ja, es wurde ja erst 1925 im Deutschen Museum mit Betrieb genommen. Genau. Also dieser 7. Mai 2025 war der Termin, wo das Planetarium im Deutschen Museum in München seinen regulären Betrieb mit regelmäßigen Veranstaltungen begonnen hat. Warum habt ihr dann am 21. Oktober den Tag begangen? Ja, der 21. Oktober ist der Termin, wo der erste Projektor zum ersten Mal, ich glaube in München, eingeschaltet wurde. Also die First Light des ersten Planetariumsprojektors. Danach, das war aber nicht öffentlich, das haben nur die Auftraggeber gesehen und die Leute von Zeiss. Und dann kam der nochmal wieder zurück nach Jena, wurde da auch nochmal verbessert. Und die ersten öffentlichen Aufführungen, die gab es im Sommer 2024. Ah ja. Auf dem Werksdach in Jena. Ok. Irgendwie eine Kuppel, die wohl mobil war. Wir haben eine Kuppel aufs Dach gestellt und da gibt es Bilder, wo tausende von Leuten in langen Schlangen um das Werksgebäude gestanden haben, um da zu gucken. Waren total beeindruckt. Also ein Publikumsmagnet von Anfang an, das ist für dich als Planetariumsleiterin ja wirklich auch ein erfreulicher Anblick, lange Schlangen. Wir redeten über das Wunder von Jena. Und es war wohl auch tatsächlich so, du hast schon gesagt, also Lichtverschmutzung war da ja noch nicht so das Problem, naja, also in den 1920er Jahren in der Großstadt. Schon, schon. Also den tollen Sternenhimmel haben die Leute da auch nicht immer gesehen, ganz abgesehen von den Wolken natürlich. Ja, aber du hast natürlich jetzt völlig wetterunabhängig, gibt es dieses Prototypen oder dieses erste Modell noch, ist das irgendwo erhalten? Also dieses erste Modell gibt es glaube ich nicht mehr, es gibt aber von den ersten Modellen, Modell 1, Modell 2, das Modell 1 konnte auch nur den Nordhimmel. Im Modell 2 kam dann schnell der ganze Himmel dazu, davon gibt es hier und da noch welche, ich meine auch eins, das sogar noch irgendwie funktioniert. Okay, und dann nahm das im Deutschen Museum damals 1925 einen regulären Betrieb auf, das erste, aber da ist es ja nicht geblieben. Dann ging es ja wahrscheinlich, wenn das so eine attraktive Idee ist, auch so ein Publikumsmagneten, dann hat sich das ja wahrscheinlich schnell auch als tolle didaktische Himmelsshow-Möglichkeit durchgesetzt. Wie ging es dann weiter? Der Oskar von Miller hat eigentlich nur Pädagogik im Kopf, also der wollte zeigen, wie die Planeten laufen, aber dass das jenseits der Didaktik die Leute auch einfach total toll und total schön fanden, das hat wirklich dann ziemlich schnell seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Es gab bis zum Zweiten Weltkrieg dann, also in den nächsten weniger als 20 Jahren, 15 Jahren, 25 Planetarien schon auf der ganzen Welt, also in Deutschland, in den USA, Italien, Japan, USSR, Schweden, Belgien, Frankreich, Österreich, überall schossen die Planetarien ja fast wie die Pilze, naja, die Kuppelpilze. War das alles von Zeiss oder gab es dann auch andere Firmen, die das dann auch gebaut haben? Na, zu dem Zeitpunkt waren die Projektorenbauer Zeiss, da kamen dann aber noch andere dazu. Ich weiß gar nicht genau, wann die angefangen haben, aber heute bauen schöne Sternenprojektoren zum Beispiel auch die Japaner. Das ist die Firma Gotu, da gibt es, glaube ich, immer noch einen Herrn Gotu. Und die bauen auch schöne Sternenprojektoren, davon sind ein paar heute auch in Deutschland tatsächlich im Einsatz. Die Planetarien gab es ja dann wahrscheinlich vor allem in größeren Städten, auch in unterschiedlichen Größen. Sollte so ein Sternentheater, hatte dann wie viele Plätze damals typischerweise? Ja, die waren durchaus das Planetarium in Jena, kam dann wenige Jahre später auch schon dazu und das ist so groß wie wir. Es gab auch Planetarien in Wuppertal zum Beispiel oder in Düsseldorf, die auch schon sehr groß waren, die haben dann den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Die Thronhalle in Düsseldorf, die vielleicht der eine die andere kennt und du, Paul, ganz bestimmt, die war mal ein Planetarium. Das war nicht klein. Wie viele Plätze habt ihr heute? Wir haben 251, also man darf sich 250 machen. Das ist schon sehr groß. Und das ist bei 20 Meter Kuppeldurchmesser fällt das unter Großplanetarium, also so von 18 bis 22 Meter um die 200 bis 300 Plätze. Was sind so heute die größten weltweit gesehen? Die größten weltweit können schon welche sein, Japan, China mit 30 Metern und bis zu 500 Leuten und so. Aber in Europa ist das eigentlich so zwischen 200 und 300 als großes Planetarium üblich. Okay, dann haben wir also jetzt diese erste Entwicklung mit den Projektoren, die den Sternenhimmel zeigen können. Waren das dann einzelne Lämpchen mit Linsen? Also du hast ja ein Problem, wenn du eine Lampe anknipst, dann geht das Licht ja in alle Richtungen. Und Sterne sind ja eben sternförmig, punktförmig. Wie schafft man es, am Himmel möglichst punktförmige Sternebildungen hinzukriegen? Wie hat Zeiss das geschafft oder später dann die Japaner? Ja, da ist natürlich eine Optik eine wesentliche Voraussetzung. Deswegen war es auch eine Optikfirma, die es entwickelt hat. Es reicht nicht ganz. Das machen manchmal, man kann Planetarien sich auch selber basteln. Das machen manche engagierten Lehrer in Schulen. Du könntest ja im Prinzip ja so einen Lochglobus, deine Lampe reinstellen, aber dann hast du ja von den Löchtern ausgehen. Dann habe ich vielleicht keine Planeten so richtig, aber ich kann es vielleicht bewegen. Und das ist aber natürlich eine schlechte Abbildungsqualität. Das ist ja so eine Art, ja. Lochkamera, genau. Genau. Und das geht auf ganz kleiner Skala. Man sieht auch dann die entsprechenden Punkte. Aber um das groß zu machen, brauche ich natürlich, ich brauche eine zentrale Lampe, klar. Und dann brauche ich aber natürlich eine abbildende Optik, die dafür sorgt, dass relativ zur Kuppelgröße das Bild an der Stelle, wo die Kuppel ist, dann scharf ist. Und das ist nicht leicht. Und deswegen sind optische Firmen dabei gefragt bei der Entwicklung. Gibt es also für jeden Stern eine eigene Linse oder für jeden Stern eine eigene Lampe? Nee, also bei uns nicht. Ja, ja gut, ihr seid ja ein ganz modernes, aber so von den klassischen Dingern. Aber auch sonst, nee, es gab auch bei dem klassischen, also wir werden nächstes Jahr 60 Jahre alt. Und den alten Projektor, der dann auch 60 Jahre alt wird, den kann man sich bei uns vor dem Kuppeleingang auch noch angucken. Ist auch ein bisschen aufgeschnitten, kann man reingucken. Und da sieht man dann, da gibt es zwei, ja so Handelteile, die für die Nord- und für die Südhalbkugel da sind. Und ganz komplizierte, ja sogenannte Planetenkäfige in der Mitte, wo die Planeten sich unabhängig bewegen können. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man in diesen beiden Hanteln eine riesengroße, ja sieht aus wie eine riesengroße Glühlampe. Aber nur eine pro Hemisphäre. Und die beleuchtet dann ja schon was, was so ein bisschen wie Löcher aussieht. Sind aber eben nicht nur einfache Löcher, sondern mit einer Optik. Da ist so eine Linse drin, die das dann fokussiert. Und ja, damals ne, noch keine Glasfaser, jetzt habt ihr Glasfaser. Ne, heute macht man es mit Glasfasern, aber damals waren es auch schon Sternfelder. Insgesamt 36, heute immer noch. Also so kachelartig. So kachelartig, sodass der Himmel in 36 Teile, 18 Nordhalbkugel, 18 Südhalbkugel unterteilt wird mit den entsprechenden Sternen. Und die Planeten wurden mit einer extra Optik darauf projektiert. Die Planeten sind mit einer extra Optik, die müssen sich ja auch bewegen können. Das ist bei den alten Projektoren, sind das Planetenkäfige, die dann klassisch in der Mitte dieser, zwischen diesen beiden Nord- und Südhalbkugel-Hantel-Teilen waren. Und die wir heute, ist das im Prinzip immer noch so ähnlich, praktisch neben den Projektor stellen als Planetenprojektor. Seit wann habt ihr diesen neuen Projektor? Ja, der ist auch gar nicht mehr so neu. Der ist tatsächlich aus dem Jahr 2000. Aber ich glaube, das Einzige, was dabei noch original erhalten ist, ist die Metallhülle. Alles andere, sowohl die Beleuchtungseinheit, das ist von Glühlampen oder Entladungslampen nicht mehr die Rede, das ist LED heute. Oder auch die Software natürlich, sogar die Glasfasern sind, meine ich, einmal ausgetauscht worden. Also der ist immer wieder auf den modernsten Stand gebracht. Aber die äußere Hülle ist tatsächlich 25 Jahre alt. Das ist aber, glaube ich, fast das Einzige, das nicht erneuert worden ist mit der Zeit. Also die Technik geht immer weiter mit den Planetarien. Man ist ja auch längst in der Projektortechnik so weit, dass man im Grunde ja sich sagen könnte, kann man das heute nicht mit Projektoren machen oder perspektivisch sogar. Ich habe jetzt irgendwo, war da dieser Bericht, in Las Vegas haben sie so eine LED-Kuppel jetzt aufgebaut. Das ist ja quasi immersiv nochmal auf einem neuen Level, dass du dann quasi innerhalb eines Bildschirms dich bewegst. Aber mit Projektionen arbeitet die ja auch, mit Projektoren. Ja klar. Also nicht Planetarien, sondern Projekte, sondern klassische Projektoren, die allerdings mehr können als ein Beamer. Ja, obwohl sie in gewisser Weise Beamer sind. Also die Entwicklung war dann so. Aber richtige Beamer können, glaube ich, kein Schwarz, ne? Ja, also die kommerziellen Standard-Beamer können kein Schwarz. Und das ist natürlich tödlich für einen Sternenhimmel. Also dann produziere ich mir ja im Projektionssystem die Lichtverschmutzung wieder, die ich doch eigentlich loswerden will. Dann habe ich so einen Grauschleier. Das will ich nicht. Deswegen, es muss absolut Schwarz sein. Das mache ich natürlich, indem ich nur den Sternenhimmel zeige. Manche Planetarien, die nicht so ganz schwarze Beamer haben, schalten die dann auch einfach aus. Oder mache eine Blende davor und haben dann den reinen Sternenhimmel. Aber die Idee ist, dass es kombiniert wird. Das ist am schönsten. Wenn ich frei kombinieren kann den Sternenhimmel und vielleicht ein Planeten groß, ich fliege da hin. Oder die Sternenbildfiguren oder ein Koordinatensystem oder alles mögliche andere, das ich mit dem Sternenhimmel kombinieren will. Natürlich, so eine flächige Projektion hält immer auch den Himmel auf. Ist ja klar. Dann ist es nicht mehr so dunkel wie ohne. Aber Projektoren, die super schwarz können, die sind nicht besonders hell. Müssen sie ja auch nicht sein. Die Augen der Leute sollen sich adaptieren. Sollen sich an die Dunkelheit gewöhnen. An die Dunkelheit anpassen. Damit sie angepasst die schwachen Sterne auch noch sehen können. Wenn ich aus hellem Tageslicht oder Lampenlicht nachts rausgehe und es dunkel ist, dann brauchen meine Augen auch eine Weile. Bis sie wirklich alles sehen. Aber die Augen sind ein super Instrument, das sich total gut anpassen kann. Und deswegen ist es immer ein netter Effekt, wenn wir eine Veranstaltung machen, die auch live ist. Wo ich dann gelegentlich einfach mal eine Folie einblende. Und die hat dann einen hellen Inhalt. Die Leute sind ans Dunkle angepasst. Dann kommt eine Folie mit einem weißen Hintergrund vielleicht. Und die schreien alle. Hell! Ja, das macht die Anpassung kaputt. Daran sieht man dann, wie sehr sich das Auge anpasst. Deswegen ist die Idee bei so einem modernen Videoprojektionssystem, mit dem wir kombinieren, das muss super schwarz sein. Also so ein normaler Heimbeamer hat, glaube ich, ein Kontrastverhältnis von 1 zu 3000, 1 zu 5000. Wir reden bei uns über 1 zu 2 Millionen. Oh, das ist eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Also ist eine andere Hausnummer, ist auch ein anderer Preis. Ach was, hätte ich es nicht gedacht. Und wir kombinieren da im Moment elf hochauflösende Projektoren zu einem Bild, das 6K hat. Das macht natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also wenn ich sage, wenn wir überlegt haben, die Ursprünge von so einem Planetarium war, einfach den Sternenhimmel zu erklären. Und ich erinnere mich, so nach der Wiedervereinigung bin ich mal so in irgendwelchen kleineren DDR-Städten, Ex-DDR-Städten gewesen. Und die hatten ganz viele kleine Planetarien. Und da liefen dann zum Teil auch noch Führungen. Und da dachte ich, ach, das ist ja wirklich ganz klassisch. Hier wird ja einfach nur mal der Sternenhimmel erklärt. Das ist ja, und auch sehr schön erklärt. Das ist ja eine Sache. Wer kam denn als erstes auf die Idee, so eine Kuppel, ich habe eben ja so dieses Wort Sternentheater so mal in den Raum geworfen. Und wer kam denn zuerst auf die Idee zu sagen, das kann mehr. Das ist ja auch nicht nur Didaktik, das ist auch Show. Nichts gegen Show und nichts gegen Didaktik. Man kann ja beides machen. Also auf die Idee kamen die Leute wohl schon relativ früh. Also dass man da zum Beispiel unter den Sternen auch toll Musik machen kann. Und sich einfach in den Sternenhimmel versenken. Das hat es, glaube ich, ab fast Anfang schon gegeben. Als zusätzliche Projektionssysteme kamen dann so 50er Jahre zum ersten Mal Diaprojektoren dazu. Ich erinnere mich noch an die. Wir hatten echt viele, bevor wir ein digitales Projektionssystem hatten. Und dann gab es Diaprojektoren, also Dutzende, wo man die einzelnen Dias zu Bildern zusammenfügen konnte, die die Kuppel ausfüllen. Man hörte dann noch das Rattern, wenn die Magazine weitergeschaltet wurden. Ich erinnere mich auch noch. Dann gab es Filmprojektoren, also richtig mit physischem Film. Da gibt es bei uns in irgendeiner Wand auch noch ein Loch, das habe ich nie in Betrieb gesehen, wo dann so die Super-8-Filme durch ein Loch auf einen Teil der Kuppel dann natürlich nur projiziert wurden. Also im Grunde ist denn Planetarium ja auch so ein Kino mit einer gerundeten Leinwand. Also bei Kino zögern wir und sagen Lieberstern-Theater. Weil der Unterschied zum Kino ist, dass wir unsere Inhalte zum größten Teil selber machen. Ist auch Live-Teil immer mal wieder dabei. Wir moderieren alles selber und deswegen ist es in gewisser Weise für uns authentischer als ein Kino. Aber die Idee ist natürlich schon so, dass man im Gegensatz zum Kino, wo ich immer eine rechteckige Leinwand noch habe, noch viel mehr drin bin im Geschehen. Aber es ist in den medialen Möglichkeiten in gewisser Weise ein kleines bisschen verwandt. Und die medialen Möglichkeiten sind groß, auch wenn man in die Geschichte guckt. Du hast nach Unterhaltung gefragt. Da gab es dann ab 70er Jahre Planetarien, die zum Beispiel für Unterhaltungsshows auch mit Lasern gearbeitet haben. Haben wir nie gemacht, gibt es aber hier und da. Und eben als Zukunftsperspektive, wer weiß, kann gut sein, dass es irgendwann, vielleicht irgendwann relativ bald diese Kuppeln gibt, wo es dann kein Projektionsplanetarium mehr ist. Weil der zentrale Projektor durch eine mit LEDs ausgekleidete Kuppel ersetzt werden könnte. Du hast über die Sphere gesprochen in Las Vegas. Das ist reine Unterhaltung natürlich. Aber das Teil hat 2,5 Milliarden gekostet, glaube ich. Und hat 100 Meter Durchmesser. Das ist eine Nummer, die und hat LEDs auch noch außen. Also das muss irre sein. Aber ich glaube, astronomische Inhalte und Sternenhimmel planen die nicht so ganz direkt. Das könnte das Ding natürlich auch. Da kannst du ja alles drauf projizieren. Das kann das auch. Aber nochmal zurück zur, das ist vielleicht wirklich die Zukunftsmusik. Aber es ist ja mit den kombinierten Techniken, was du gerade gesagt hast, ist ja schon sehr viel möglich. Und du sagtest, es ist auch immer noch viel live. Also Bands, die spielen oder Künstler, die auftreten. Ich selbst steige als Vortragender ja auch in die Bütt. Ich lese ja jetzt. Paul Hombach, der den Himmel des Jahres und in weitere Zukunft erklärt. Mein Jahresausblick immer Anfang Januar, genau. Und auch vor Weihnachten, wenn ich dann mal entweder den kleinen Prinzen oder den Charles Dickens lese mit Livemusik. Das ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre, auch wenn man eine Lesung oder ein Hörspiel nur mit Sternenhimmel, also ohne große andere Projektionen dann erlebt. Die Stimmung ist eine ganz, ganz besondere. Wie viele Schulklassen, das war ja immer so ganz klassisch, habt ihr denn da einfach so für wirklich Sternenhimmel erklären? Ja, also wir haben Schulklassen schon mehrere am Tag normalerweise außerhalb der Ferien. Wenn ich die dann also addiere über das Jahr, sind das Hunderte von viele hundert Schulklassen. Vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Schüler im Jahr oder 15.000 Schüler im Jahr im Klassenverband. Das ist uns auch echt wichtig, weil wir da natürlich nicht nur den Sternenhimmel erklären, sondern das sind astronomische Shows, sagen wir, Veranstaltungen, die durchs ganze Universum die Kinder mitnehmen oder auch die Erwachsenen, die eine Zeitreise durchs Universum machen, die also über die faszinierenden Dinge des Kosmos, über die wir hier im Podcast auch reden, die die den Leuten näher bringen, den Schülerinnen und Schülern. Und das ist ein niederschwelliger und faszinierender Einstieg in Naturwissenschaft. Also, dass die hoffentlich erleben, wenn man sie denn packt wirklich, dass Naturwissenschaft spannend ist und dass wir mit naturwissenschaftlicher Bildung ein Problem haben. Ich glaube, das ahnen viele und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, dadurch, dass wir erstmal einfach faszinierend sind. Das ist natürlich faszinierend. Das ist sicher super. Die Frage ist, bei so einem Programm, das ist ja sehr aufwendig, gerade wenn du sehr viele technische Möglichkeiten kombinierst und den Sound. Das ist ja auch immer ein super Surround-Sound in so einer Kuppel. Das ist ja alles extrem aufwendig zu machen. Kann das Einplanetarium alleine stemmen? Oder wenn da so wirklich so eine große Show zu einem bestimmten Thema ist, wenn ihr was macht über schwarze Löcher oder was weiß ich oder Planeten oder Galaxien, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass sich die Planetarien da ein bisschen abstimmen oder scheitert das an den unterschiedlichen technischen Plattformen? Nee, an den technischen Plattformen scheitert das zum Glück nicht. Da gibt es so ein Austauschformat, wo ich im Grunde für so eine Planetariumsveranstaltung die Einzelbilder austausche. Die sind rund und ergeben dann insgesamt die Planetariumspräsentation. Das sind dann viele Zehntausende, das ist ein Terabyte Daten. Das ist viel, aber damit kann dann jedes Planetarium auf sein eigenes System gehen oder wenn ein Sternenprojektor eingebunden ist, also das klassische Projektionsplanetarium, jedes Planetarium nach vorgegebenen Zeiten seine eigene Programmierung machen, also Austauschformat geht. Und Produktion ist gemeinsam eine gute Idee. Es gibt in Deutschland eine Gruppe von vielen, zwölf, fünfzehn deutschen Planetarien. Wir haben schon vier Shows gemeinsam produziert und überlegen uns gerade, was wir als fünfte machen. Aber die Produktionszeiten sind dann schon zwei Jahre, drei Jahre. Und auch wenn wir es alleine machen, dann ist es etwas weniger aufwendig, weil tatsächlich einfach mehr Geld, um vielleicht auch mal einen Auftrag nach außen zu vergeben, aber auch mehr Planetarien, die selber mitwirken, dabei sind, wenn man es zusammen macht. Aber man kann es auch alleine machen mit ein bisschen weniger Aufwand. Aber auch das dauert sicher mehr als ein Jahr, bis dann so eine Show fertig ist. Wie viele Shows habt ihr denn immer so parallel laufen bei euch? Echt viele. Also wir haben im Bereich von astronomischen Shows parallel laufen im Augenblick so ungefähr zehn. Die unterschiedliche astronomische Themen, also die große Übersicht, Reise durchs Universum, aber auch schwarze Löcher oder Polarlichter oder was passiert in der Zukunft des Universums. Ganz unterschiedliche Themen da eben auch vorstellen. Und dann gibt es ja so auch knapp zehn Kindershows für unterschiedliches Alter. Da fangen wir so bei Vierjährigen an. Und das geht dann bis ältere Grundschulkinder. Die sind dann kindgerecht erzählt mit so einer Rahmengeschichte drumherum. Und Musikshows gibt es eine ähnliche Anzahl. Die laufen vor allen Dingen abends ganz unterschiedlich. Der Renner ist im Moment Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Im Moment, ich glaube, Pink Floyd ist ein Dauerbrenner in Planetarien. Pink Floyd ist ein Dauerbrenner in Planetarien. Dark Side of the Moon im Moment besonders, weil da eine neue Show produziert worden ist zum 50-jährigen Release. So lange ist das schon her. Und da gibt es ja das Gerücht, das auch nicht ganz falsch ist, dass dieser Release im Londoner Planetarium stattgefunden hat. Das war auch so, nur waren die von Pink Floyd, die Musiker, die fanden das ganz doof. Die waren gar nicht da. Die haben sie als Pappkameraden aufgestellt. Aber die läuft super. Wir machen aber auch selber Musikshows, Balladen aus Rock und Pop mit Sternenhimmel. Die sind abends einfach auch entspannend total beliebt. Es kommen aber auch Computer-Nerds zu euch. Es kommen auch Computer-Nerds zu uns. Wir haben dreimal schon so einen Hackathon gemacht, wo Hackathon kommt von Hacker und Marathon. Und da versammeln sich dann fünf Teams, so 20 Leute, für einen Tag und müssen innerhalb von einem Tag, insbesondere auch einer Nacht, so etwas produzieren. Ein kleines Programm, ein kleines Projekt, dass man nach einem Tag irgendwie auf der Kuppel zeigen kann. Das ist total spannend, was dabei dann rauskommt in der kurzen Zeit. Wie würdest du, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre Leiterin da im Planetarium Bochum. Wie würdest du sagen, hat sich in dieser Zeit das Programm auch entwickelt? Was gibt es jetzt, was es damals noch nicht gab? Oder was gibt es immer noch, was einfach ein Dauerbrenner ist? Oder wie ist das über die Zeit gelaufen? Der Dauerbrenner ist, glaube ich, immer noch, dass wir auf den Projektionsplanetariumsprojektor, der in der Mitte steht, nicht verzichten wollen. Das ist auch in der Publikumsreaktion, also dessen 100. Geburtstag wir jetzt tatsächlich feiern. Das ist auch in der Publikumsreaktion, merkt man das, wenn diese Sterne, die so punktförmig sind, die einen wirklich nach draußen unter diesen total klaren Himmel versetzen, wenn die aufleuchten, dann fasst das fast jeden irgendwie emotional an. Und die digitalen Sterne sind nicht ganz so gut. Mir fehlt es an Dynamik. Da sind die helleren Sterne dann irgendwie doch wieder die etwas größeren Sterne. Also man sieht da schon einen Unterschied. Der Projektor, der ist ja, dieser Glasfaserprojektor, der ist ja wirklich nadelfein. Also das ist ja ein unglaublicher Realismus im Anblick des Sternenhimmels, den du sonst vor 100 Jahren natürlich noch nicht hattest. Und der ist uns im Moment noch, wer weiß, was mit der LED-Technik kommt, aber der ist uns sehr, sehr wichtig. Bauen wir auch in fast alle Veranstaltungen ein, auch in die produzierten, nicht nur live. Weil der einfach einen unglaublichen Eindruck des Sternenhimmels gibt. Ganz genauso wie das Wunder von jener von vor 100 Jahren. Aber es ist eben Vielfalt dazu gekommen, auch in der Zeit, seit der ich das mache. Also unheimlich viele unterschiedliche Programme, sodass für jeden was dabei ist, Hörspiel, Musik, Kinder, Astronomie ist aber nach wie vor der Schwerpunkt und das wird sicherlich auch so bleiben. Aber es gibt auch eben diese Live-Konzerte, Vorträge. Es ist, man kann mit so einer Kuppel auch abstrakte Sachen, die dann in der großflächigen Projektion vielleicht gar nichts mehr mit Himmel zu tun haben. Man kann mit diesem Medium unglaublich viel machen. Und es ist, glaube ich, keine kühne Prognose, wenn ich jetzt sage, auch in den nächsten 100 Jahren werden sich die Menschen noch für den Sternenhimmel begeistern. Und ja, je weniger man von dem Live-Sternenhimmel sieht, desto wichtiger wird es wahrscheinlich auch zu zeigen, was man da verpasst, wie toll das ist, so ein Sternenhimmel. Und ich glaube, da müsst ihr Planetariumsbetreiberinnen und Betreiber euch für die nächsten 100 Jahre keine Sorgen machen, dass die Faszination erhalten bleibt. So ist das. Also die Faszination des Sternenhimmels ist was unmittelbar Menschliches. Und bei uns kann man es erleben. Ja, in diesem Sinne auf die nächsten 100 Jahre. Und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, Susanne. Vielen Dank, lieber Paul. Und ich hoffe, dass ich ganz viele von denen, die uns jetzt zuhören, bei uns dann auch begrüßen kann. Oder wenn ihr uns von weit weg zuhört, auch bei den lieben Kollegen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.